Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Aesthetics und im heutigen Video geht es um pralle Titten und ganz speziell um pralle obere Titten. Wie ihr eure obere Brust im Training vernünftig treffen könnt. Ich werde euch gleich eine schöne Übung dafür zeigen, aber vorher auch so ein bisschen die Basics, müssen wir ein bisschen auf Karls Nacken noch machen, die Basics beibringen, worauf ihr in eurem Brusttraining einfach achten solltet, wenn ihr es gestaltet und wie ihr dann nachher das Maximum rausbekommt. Also, wir sind uns ja alle einig, dass so Langhandelübungen oder Grundübungen wie schweres Bankdrücken, schwere Dips, eventuell auch schweres Schrägbankdrücken richtig cool sind, richtig nice sind, man will viel Gewicht drücken und darin liegt auch schon oft das Problem, wenn Leute ihre obere Brust trainieren wollen. Weil ihr wisst das ja, ich erkläre das ja auch, beim Bankdrücken macht man eine schöne Brücke und je stärker die Brücke ist, das heißt, je mehr ihr euren Brustkorb anhebt, desto stärker seid ihr natürlich auch, beziehungsweise desto weniger Weg bewegt ihr, desto eher neigt ihr aber auch den Winkel, indem ihr drückt. Das heißt, wenn ihr Flachbankdrücken zum Beispiel mit einer richtig krassen Brücke macht, dann habt ihr ja nicht mehr einen neutralen Winkel im Sinne von flach über die gesamte Brust, sondern je mehr Brücke ihr macht, desto eher bringt ihr ja den unteren Teil eurer Brust, also die Bauchsehnenplatte, die Rippen, vielleicht den unteren Teil vom Sternum, nach oben, also in Richtung vom Gewicht. Und wenn ihr jetzt drückt, arbeitet natürlich primär auch der untere Teil und wenig der obere Teil, der hier zum Schlüsselbein verläuft. Hier vielleicht auch nochmal als kleiner Exkurs, die Brust ist ein gefächerter Muskel, das heißt, wir können natürlich bestimmen, welche Fasern er arbeiten, indem wir ganz normal Physik im Sinne von Mechanik Hebel ansetzen. Bedeutet, wir haben Muskelfasern, die verlaufen hier in unsere Rippen und in die Bauchmuskelsehnenplatte, wir haben also quasi vom Oberarm, verlaufen hier runter, wir haben Muskelfasern, die verlaufen hier zum Brustbein, zum Sternum, und wir haben Muskelfasern, um die es heute speziell gehen soll, die verlaufen hier oben zum Schlüsselbein. Ich zeige euch das jetzt einmal hier unten, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier die Fasern, wenn ich jetzt quasi von oben nach unten ziehe, dann in der Mitte die Fasern und speziell, wenn ich hier nach oben ziehe, also wenn ich von unten nach oben komme, hier die hier oben zum Schlüsselbein laufen. Ich denke, man sieht das ganz gut, wie das abgegrenzt ist und das ist die Brust. Und genau so müsst ihr euch auch im Training vorstellen, wenn ihr jetzt das Gewicht eher aus dem Winkel kommen lasst oder in dem Winkel arbeitet, zum Beispiel wie beim Bankdrücken mit einer guten Brücke oder beim Dip, dann arbeiten primär die unteren Muskelfasern. Wenn ihr zum Beispiel ein Schrägbankdrücken macht, weil ihr eine obere Brust aufbauen wollt, beim Schrägbankdrücken, wo man ja normalerweise ja mal 45 Grad liegt, jetzt aber auch eine krasse Brücke macht, dann macht ihr aus dem Schrägbankdrücken eher ein Flachbankdrücken. Das heißt, es kommt letztendlich nicht darauf an, wie die Bank steht, sondern letztendlich kommt es nur darauf an, wie euer Brustkorb geneigt ist zum Boden oder zur Schwerkraft. Das heißt, wenn ihr eine Schrägbank nehmt, aber euch mit so einer Brücke da drauf legt, ja dann habt ihr auch eher die gesamte Brust, vielleicht sogar eher den unteren Teil, je nachdem wie ihr geneigt seid. Und daran ist auch eigentlich nichts verkehrt. Ihr müsst es nur wissen. Zum Beispiel mein Training sieht wie folgt aus, ist ja auch mehr so aus dem Kraftsportbereich. Ich mache als erstes Bankdrücken, als Progressionsübung, schön mit einem negativen Winkel und natürlich arbeitet die gesamte Brust, aber primär der mittlere und der untere Teil, da geht es mir um Kraft und um Progression. Dann, was ich immer mache als zweite Übung, eine Schrägbankvariante. Einfach, damit ich diesen gesamten Bereich auch abgedeckt habe und bei der Schrägbankvariante achte ich auch darauf, dass ich die Brücke nicht zu stark mache, damit ich wirklich diesen schrägen Winkel noch drin habe und auch die zweite Übung, also die Kurzhantel-Schrägbankvariante, geht bei mir auch so ein bisschen auf Kraft und Progression, also sie ist auch noch ein Ticken schwerer, aber mit Kurzhantel, damit ich auch mehr stabilisieren muss, mehr ein Muskelgefühl reinbekomme und hier gucke ich schon, dass es die obere Brust auch wirklich was abbekommt, aber es ist halt mehr die gesamte Brust und dann, und das würde ich euch auch empfehlen, die ersten zwei Übungen wirklich mehr auf Progression, gesamte Brust, dann könnt ihr in der dritten Isolationsübung hingehen und sagen, hey, ich will jetzt Akzente setzen, ich will jetzt wirklich die obere Brust reinbekommen und genau da kommt jetzt das Video rein, weil ich zeige euch eine richtig geile Übung, wie ihr die obere Brust schön in Anführungszeichen isolieren könnt. Isolieren bei der Brust ist immer schwer, ihr habt immer so einen gesamten Fächer mit am Arbeiten, aber ihr könnt wirklich Akzente setzen, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt am Kabelzug stehe, wir machen das Ganze am Kabelzug und ich setze mir die Belastung hier hin, hier sind wir auch wieder bei dem Thema Mechanik und Physik, ich kann hier einstellen, im Prinzip, wie ich die Bank einstelle, das heißt, wenn das Gewicht von unten kommt, hier, dann arbeitet mein Arm primär in diesem Kraftwinkel, das heißt, wenn ich von hier nach da ziehe, arbeiten speziell diese Fasern, wenn ich das Gewicht von hier nach hier ziehen würde, arbeiten primär diese Fasern, wenn ich das Gewicht von oben nach unten ziehen würde, arbeiten primär diese Fasern, das können wir sogar einfach mal kurz testen, ihr seht ja hier, wie das aussieht, wenn unten die angespannt sind, hier, müsste man halbwegs irgendeinen Schatten sehen, weil ich jetzt nach unten gezogen habe, jetzt gucken wir mal gegen Gewicht, wenn ich das Ding hier belade und nach oben ziehe, was machen hier unten die, guckt mal hier, das wackelt, wisst ihr warum? Weil es nicht angespannt ist, weil es kann gar nicht wirklich angespannt sein, weil ich ja in diesen Winkel hier reinziehe, das heißt, die oberen Fasern arbeiten, hier unten, das ist kein Speck, die sind locker und deswegen lasst euch auch nicht erzählen, man kann die Brust nicht, man kann die Brust gezielt ansteuern, aber auch wirklich nur über die Hebel, nicht im Sinne von, ich konzentriere mich jetzt darauf, wenn zum Beispiel bei dem Hebel die untere Brust anzuspannen, das nicht, ja, aber ihr könnt über den Winkel einfach schon erzwingen, welche Fasern arbeiten und welche nicht und genau das machen wir. Ich würde euch zum Beispiel empfehlen, den Winkel zu nehmen, der genau zwischen Schulter und mittlerer Brust liegt, also dieser Winkel, der genau hier quasi auf die Kante vom Schlüsselbein hinarbeitet, dann habt ihr natürlich einen Teil der mittleren Brust mit drin, aber auch hier oben den Tinn, aber ihr seid auch nicht zu steil, sodass dann die Gefahr besteht, dass ihr hier quasi primär nur über die vore Schulter arbeitet, weil das müsst ihr wissen, wir beladen hier ja auch eine Funktion, und die Funktion der oberen Brust ist nur mal eine Adduktion des Arms, also ein Heranführen, aber auch eine Elevation, das heißt auch ein Anheben und die vordere Schulter übernimmt natürlich auch eine Elevation, das heißt, ihr könnt nie die obere Brust ohne die Schulter trainieren. Deswegen solltet ihr darauf achten, dass ihr hier auch wirklich mit einer Mind-Muscle-Connection arbeitet und nicht zu hoch zieht, weil das sehe ich oft bei Leuten, die dann irgendwie von hier unten sowas machen und dann mehr so ein Frontheben über die Schulter machen, als dass sie wirklich genau in dem Winkel in die Kante reinziehen, in diese Kante, wo ihr dann nachher auch diesen V-Ausschnitt oder sonst irgendwas sehen wollt. Deswegen beladet diesen Winkel ungefähr und von hier gehen wir dann natürlich auch in den Stretch rein, das nehmen wir in dem vollen Stretch mit und arbeiten dann, konzentrieren uns darauf, auf diesen Punkt zu arbeiten. Hier, bam, 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 bam. Und was wir machen, wir hören nicht hier auf, wir führen weiter, bam, mit einem Arm hier rein. Beladen das Ganze, ich gehe noch mal ein bisschen mehr auf Stretch, auch wenn der Kameramann dann ein bisschen sich bewegen muss. Hier rein, bam, und ihr seht, meine Schulter bleibt hinten, das heißt, ich ziehe die nicht nach vorne, das Schulterblatt, wie bei allen anderen Übungen auch, ist hinten und wir ziehen den Arm über die Brust, Mind Master Connection hier nach vorne. Hier muss der Pump rein, ja, da rein, hier rein, da muss das knallen. Ja, und wenn ihr diese Übung macht, ohne dass ihr mitschwingt, ohne dass die Schulter nach vorne kommen, dann garantiere ich euch, bekommt ihr einen richtig krassen Pump hier drin und natürlich werdet ihr, wenn ihr eine obere Brust Schwäche habt oder so, damit auch die obere Brust aufbauen, weil ihr seht ja quasi, welche Muskulatur primär arbeitet, welche beladen wird. Das ist genau diese Kante hier und wenn ihr sagt, ja, ist mir immer noch zu viel mit, dann verändert ihr den Winkel einen Ticken nach unten, aber ihr solltet gucken, dass ihr in diesem Sweet Spot seid, dass ihr wirklich exakt diesen 45 Grad Winkel hier in der oberen Brust ansteuert, damit ihr so gut es geht die Schulter raus habt und damit ihr eben so gut es geht den Rest der Brust raus habt. Und hier auch wirklich nochmal wichtig, versucht eine Mind Master Connection aufzubauen und hier über diesen Hebel wirklich die obere Brust reinzubringen. Ihr könnt das Ganze natürlich, ihr müsst das nicht einarmig machen, der Vorteil ist aber, ihr könnt quasi über diesen, also quasi über eure Körpermitte rausziehen, also weiter arbeiten, als ihr es normalerweise gewohnt seid. Ihr könnt es auch mit zwei Kabeln machen und aber dann hier auch in diesem 45 Grad Winkel hier oben reinarbeiten, schön über die Brust. Aber wichtig ist einfach, es ist egal, was für eine Übung ihr ausführt, es geht darum, wie ihr den Hebel ansetzt, aus welcher Richtung das Gewicht zieht und wie ihr dann auch dagegen arbeitet. Also ich würde euch empfehlen, lasst die Hauptübungen gleich, schön auf Progression Bankdrücken, weil das ist so das Ding, ihr trainiert ja die gesamte Brust beim Bankdrücken. Vielleicht die untere tendenziell stärker, dann tut ihr aber ein Schrägbankdrücken rein, wo ihr die gesamte Brust drin habt, vielleicht die Tendenz ein bisschen mehr auf der oberen und wenn ihr dann sagt, ich brauche aber noch mehr obere, dann macht ihr so ein Ding, was auch wirklich primär zu 80% in die obere Brust reingeht, dass ihr auch ein schönes Gefühl habt, Blut schön reinkommt und dann seid ihr good to go. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen oder weiterhelfen können. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen sollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ja Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, macht's gut, Peace.